Ich bin hier am alten Rathaus in Arnsberg und hier habe ich als frisch gewählter Stadtrat im Dezember 1999 meinen ersten Redebeitrag geleistet und zwar zu dem Thema Lückenschluss der A46 näher im Iserlohn. Wie alle wissen, den Lückenschluss gibt es immer noch nicht. Den gleichen Redebeitrag könnte ich wiederholen. Die Wirtschaft, die heimische Wirtschaft braucht den Lückenschluss, braucht gute Infrastrukturen, gute Straßen und die Menschen im Übrigen auch, die haben keine Wüsten auf der A44 permanent im Stau zu stehen. Ansonsten bin ich Fan der kommunalen Selbstverwaltung. Meine Devise lautet so dezentral wie möglich, so zentral wie nötig. Deshalb die große Bitte an den designierten neuen Regierungspräsidenten Hans-Nurve Vogel, bitte stärkt die Städte. In diesem Sinne heißt es auch dann für mich, Zukunft schmieden werden wir neu.